im deutschen gibt es ein sehr schönes wort das heißt erwartung erwartung in diesem wort steckt interessanterweise das wörtchen warten drin wir müssen etwas erwarten wir haben zu warten bis das was wir erwarten eben hervorkommt und realität wird nun gibt es verschiedene arten wie man warten kann man kann mit erwartung warten oder man kann mit klagen und murren und jammern auf etwas warten beispielsweise das volk israel in der wüste das hat geklagt und es hat das was es erwartet hatte negativ ausgesprochen hat sich zurückgesehen denn das wo sie früher einmal gewesen sind und letztlich sind sie in das eigentliche was gott für sie hatte nicht hineingekommen aufgrund ihres falschen wartens ich möchte dich einladen in der richtigen weise zu warten nämlich mit erwartung zu warten positiv gespannt zu warten denk beispielsweise mal an ein kind in der weihnachtszeit in der vorweihnachtszeit das wartet in der richtigen weise da ist spannung da ist unruhe da ist diese erwartung aber es weiß da kommt etwas super gutes geniales das ganze lohnt sich es gibt etwas und diese spannung die da drin steckt die ist eigentlich voller vorfreude da ist diese vorfreude drin weil man weiß da wird etwas gutes kommen und genauso haben die jünger im obersaal gewartet sie wussten da ist etwas verheißen von gott genial es wird kommen und wir warten und warten und es wird kommen und genauso sollst doch du warten du sollst warten dass das was gott hier verheißen hat realität wird da kommt etwas gutes warte mit erwartung warte mit vorfreude warte mit dank und lob und einfach in dieser spannung in der du stehst voller freude auf den herrn blickend voller lob ihm gebend das ist richtiges warten ein bild wird uns beispielsweise dafür in der bibel gegeben von einem bauern siehe der bauer wartet auf die köstliche frucht der erde und hat geduld ihretwegen bis sie früh den früh und spät regen empfange habt auch ihr geduld stärkt eure herzen stärkt eure herzen das heißt richtet euren blick auf das richtige richtet auf das was kommt schaut nicht auf das was momentan da ist sondern erwartet das was gott euch verheißen hat ich lade dich ganz neu ein deinen blick auf den herrn zu richten und mit erwartung mit vorfreude mit dieser spannung zu warten er hat das was er dir verheißen hat für dich vorbereitet und du wirst es empfangen und die gefahr ist eigentlich die dass du es loslässt dass du sagst ach das ist nichts für mich und im grunde genommen kurz vorm ziel das ding hinwirfst das lass nicht bei dir gelten sondern bleibt dran halte fest erwarte dass der herr das was er für dich hat wirklich hervorbringt warte mit erwartung denn gott hat mehr für dich